Satguru, du sprichst auf so eine logische Art und es ergibt Sinn für mich, aber gleichzeitig feierst du das religiöse Fest Mahashevratri in großem Stil im Isha Yoga Center. Diese religiösen Feste wirken wie überholte Rituale, also möchte ich gern wissen, welche Bedeutung hat Mahashevratri für die Jugend? Welche Art von Fest hättest du denn zuallererst gerne? Vielleicht nur den Valentinstag oder so? Der ist auch religiös. Es ist der heilige Valentin, alles klar? Also was ist Mahashevratri? In Indien gibt es 365 Feste im Jahr. Ja. Heute aus wirtschaftlichen Gründen und weil wir unsere Arbeit und die Dinge auf bestimmte Art gestaltet haben, sind viele davon verschwunden. Hauptsächlich werden ungefähr fünf oder sechs groß gefeiert. Fast jedes indische Fest ist mit dem Kalender verbunden. Wir wollen etwas tun, das förderlich ist für das, was an diesem Tag im restlichen Sonnensystem geschieht. Das ist wichtig, weil, was du jetzt als meinen Körper bezeichnest, dieser menschliche Mechanismus, ist aus diesem Planeten entstanden. Die meisten verstehen erst, wenn man sie begräbt. Sie glauben, sie seien von irgendwoher gekommen. Nein, dieser Körper ist... Das Sonnensystem arbeitet wie eine Töpferscheibe, um das zu erschaffen. Alles, was mit dem Sonnensystem passiert, passiert also auch mit dir auf eine Art. Es wird also sehr genau beobachtet, was heute im Sonnensystem geschieht. Dementsprechend haben wir eine Art von Feier gestaltet und tun dabei bestimmte Dinge. Also, in der Mahajivratri-Nacht, besonders in der nördlichen Hemisphäre oder nur in der nördlichen Hemisphäre, gibt es einen natürlichen Energieanstieg. Oh, immer diese Energie, ich glaube nicht dran. Glaub's nicht. Setz dich einfach an die Küste. Wenn es eine Vollmondnacht ist, steigt das Meer. Weit über zwei Drittel deines Körpers bestehen aus Wasser. Weshalb denkst du, dass das Wasser im Körper nicht steigt? Alle Flüssigkeiten im Körper steigen auch. In dieser Nacht, wenn du dich hinlegst, bedeutet das, wenn die Energien so zu fließen versuchen, behinderst du sie quasi, wodurch du nicht nur den Vorteil verlierst, du könntest dich auch auf sehr sensible Art schädigen. Das alles ist für dich nur dann von Bedeutung, wenn du ein vollwertiger Mensch sein willst. Wenn ich ein vollwertiger Mensch sage, du willst, dass alle Fähigkeiten, die in einem Menschen erschlossen werden können, auch erschlossen werden. Du beobachtest all diese kleinen Veränderungen, die im System passieren, und kümmerst dich darum. Du willst also aufrecht sitzen? Du willst, dass deine Wirbelsäule in dieser Nacht aufrecht ist. Wenn sich die Energien nach oben bewegen willst, willst du ihnen helfen, weiter nach oben zu steigen, nicht so. Also haben wir etwas namens Jagaran geschaffen, das heißt, wachsam und aufrecht zu bleiben. Wie hält man Menschen aufrecht? Sie müssen sich einfach hinsetzen, und werden sie das wohl tun? Nein, ich muss euch unterhalten. Also haben wir eine Feier in dieser Nacht. Abends um sechs bis morgens um sechs. Zwölf Stunden ununterbrochene Musik, Tanz, Meditation. Verschiedene Dinge werden getan, damit alle wach bleiben. Ich zeige dir eine Million Menschen an einem Ort die ganze Nacht. Nicht eine Person wird schlafen. Alle sind sie an, 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 okay? Diejenigen von euch, die nur an nächtliche Partys gewöhnt sind, um 12.30 Uhr, 1.00 Uhr, 2.00 Uhr schläfst du ein. So nicht. Nacht bedeutet, Nacht hört auf, wenn die Sonne aufgeht am Morgen. Bis dahin sind wir an. Alle.